Wir haben den Tag heute auch ganz toll, weil wir heute früh Gruppen hatten und jeder so sein eigenes Ding gemacht hat. Wir haben heute viele Schriftrollen gebunden, gestempelt, abgeflammt, um das Zimmer des geschiefelten Katers schick zu machen. Wir haben verschiedene Rollen, verschiedene Farben. Wir haben gestern das Drehbuch nochmal verändert bzw. verbessert und haben zu manchen Personen auch nochmal mehr Text hinzugefügt. Wir haben auch ein bisschen die Stellen eben auch rumgeschrieben. Ja, und die Szenen haben wir einfach auch nochmal aufgemalt, damit das Ganze ein bisschen klarer wird und man besser einen Überblick hat, was man jetzt schon gedreht hat und was nicht. Die wurden aufgehangen, weil alle sichtbar, eben auch damit man weiß, wann es gedreht worden ist und wann es gedreht wird. Hier ist der Requisitenraum, wie ihr seht, hier super coole Kostüme. Wir machen mit Linn hier Anprobe und versuchen das Rapunzel noch ein bisschen aufzupappen. Damit das auch wirklich auffällt und außerhalb der Zeit ist, wahrscheinlich haben wir uns für dieses Kleid entschlossen. Das haben meistens Fußballspieler. Waren kann? Ja, danke. Unser Audioaufnahmegerät ist von? Rode. Nein? Nein, besonders wenn die Keilen. Tierheim. Tierheim, ja. Ein Teil von Deutschland, der nicht Deutschland werden sollte. Die machen so komische Traditionen. Bei Bayern. Richtig. Das war ja räudig. Das war ja räudig.